blablabla minecraft wir sind hier immer noch am ton und eine sache die ich unbedingt noch loswerden wollte während die musik immer lauter wird ist dass ich hoffe dass ihr nicht allzu sauer seid dass wir in dieser minecraft season oder dass ich mich dazu entschlossen habe dass wir in dieser minecraft season doch eher so ein bisschen bauen und deswegen hier im kreativmodus rumalbern ich habe einfach mal bock drauf und irgendein schlauer aber dann hat mal zu mir gesagt sie macht doch einfach dass du bock hast derjenige ist schuld können wir mal hier den tag einstellen motto geh weg von mein getränk wo kommst du denn schon wieder her unfair jetzt habe ich die in der hand gehabt und zugegriff und jetzt fliegt die trotzdem noch um sollte ich muss mal kurz mein getränk trinken mein getränk trinken ich trinke übrigens für die leute die das immer wissen wollen ich trinke heute eine berliner weiße mit waldmeister einfach weil es die tage so schönes wetter war hatte ich mir geholt und dann ist mir heute aufgefallen dass heute kein schönes wetter mehr ist dennoch trinke die jetzt einfach mal und wir genießen hier mal den blick auf die regenwolken nach minecraft machen wir noch ein bisschen worte vor kraft ja denn ich will noch ein bisschen zocken aber zwischendurch werde ich auch mal was essen vor allem mittagessen ja ich esse immer spät so jetzt müssen wir bloß hier oben machen jetzt mal tag lassen jetzt einfach mal regnen das ergibt ja hier anscheinend keinen sinn wenn wir den regen ausstellen zwei minuten später regen jetzt einfach weiter wie sieht das aus wenn wir jetzt hier oben tun wir denn hier fichte wenn wir jetzt hier oben aus holz bauen würden wie sieht denn das aus nicht gleich meckern erst mal gucken wo machst du denn so viel motten in deiner wohnung die kommen immer von draußen ich weiß es nicht kann man das mit holz machen die frage ist ja auch was hier oben sein soll nein das sieht absolut scheiß aus gut dann wissen was jetzt warum muss der regen aber so laut sein das können wir vielleicht glaube ich sogar ein bisschen leiser stellen wetter einfach mal 50 auf jeden fall ein bisschen leiser ich bin weiss immer nicht so wichtig wie das machen und was wir hier machen vielleicht machen wir hier gar nichts wir machen jetzt hier einfach eine überdachung Probieren geht über Studieren, sagt man ja. Das ist voll coole Musik, warum haben wir die denn sonst nie gehört? Ich bin auch der Meinung, dass im Kreativmodus viel öfter Musik kommt, als wenn du Survival spielst. So was wünscht man sich, die Baufunktion von Rising World, absolut. Ich finde es schade, dass man durch den Shader den Regen hier nicht sieht. Wir sehen jetzt nicht, dass es regnet. Du siehst halt nur die Tropfen. Ich weiß gar nicht, ob ich... Better Grass, können wir ja mal anmachen. So, wenn das Snow, Blablabla, Custom Sky. Ähm, da war aber irgendwo anders. Performance. Auch nicht. Auch nicht mal gleich rausdrücke. Wetter an. Fancy. Dann lädt das hier alles ein bisschen neu. Schauen wir uns mal die Frames an. 41 Frames. Naja, das ist nicht grad viel. Ach, dann ist das hier an den Seiten von den Grasblöcken ist das dann... Naja, das finde ich... Muss ich ehrlich sagen, das finde ich nicht so pralle. Äh, wo waren das? Ne, das wird hier an den Seiten so... Ich finde das nicht so pralle. Gefällt mir nicht so. Da habe ich es doch lieber so. Dann haben wir auch gleich ein paar Frames mehr. So... Weiter geht's hier. Zack, zack. Lass uns mal gucken, wie das aussieht. Ob das Dach zu flach ist. Später, das weiß ich nicht. Aber wir können ja fliegen wie Superman. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn das auf so Curry-Pikern da gelagert ist, ne. Deswegen werden wir das nochmal ein bisschen um... Also hier die Außenteile, die werden wir ersetzen. Ich glaube, es ist okay, wenn das Dach flach wird, ne. Ist ganz okay. Das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Na. Ui. Jetzt wird es aber hell hier. Oh, der Sommer ist zurück, Leute. Pfff. Alter, fliegt mir die Motte voll gegen den Mund. Du Drecks-Motte. Ja, doch. Das geht so. Müssen wir uns bloß mal überlegen, wofür der Turm hier mal genutzt wurde. Mann, ey. So. Haben wir es. Ich glaube, den oberen nehmen wir weg. Der sieht affig aus. Der sieht affig aus. So. Leute. Mal wieder. Immer in der letzten Folge vergesse ich komplett die Zeit zu stoppen. Weil ich es einfach nicht mehr gewohnt bin, überhaupt eine Uhr zu stellen. So. Und dann bist du quasi hier und kannst dir schön den Balken hier angucken. Ist natürlich auch super. Also bauen wir alle Tieren noch eins höher. Zack, zack. Wo ist denn die Musik jetzt aus? Und dann haben wir hier einen schönen Aussichtsturm. und können so weit gucken, wie der Shader reicht. So. Ähm. Jetzt die Frage, machen wir das so? So. Dann kannst du ja quasi runterspringen. Wir könnten aber auch Zäune hierhin machen. Ich glaube, so ist das ganz okay, wa? Mit Zäunen. Scheiß, Mutter. Warte. So voll eklig, wenn dir so ein Vieh voll ins Gesicht klatscht. Shader? Was ist das? Oh. Wo kommt denn der Schattenwurf her? So. 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 Da ist das dunkel, ne? Ich denke die ganze Zeit, die Motte fliegt doch 100 pro in mein schönes, leckeres Getränk. Getränk. Ich find's cool. Du willst doch nur Zaun benutzen. Pssst. Verrat nicht alles. Semi, du bist verwirrend. Du willst mir jetzt sagen, du willst mir was ein Shader ist, oder? Der Shader ist, dass die Welt so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Ne? Mit Schattenwurf und ähm sich bewegenden Blättern und so ein Gedöns. Alles was man total braucht. Mein Kampf ist auch so immer voll hübsch. Jaja. Total. Ich kann hier nicht rein. Entschuldigung, ich muss grad ein bisschen über mich selber grinsen. Dieses Entsetzen. Ich kann hier nicht rein, was? Was ist hier nur los? Ich find's relativ hübsch. Können wir hier, ja können wir. Können wir das Dach noch so ein bisschen stützen. Oder kaputt schlagen, das geht auch. Im Dach kaputt schlagen bin ich auch einsame Spitze. Die reicht nicht bis da ran. Das ist natürlich nicht so geil. Müssen wir gucken, wie wir das hier machen. Das sieht komisch aus, ne? Ne, du hast gesagt, wir können sehen, soweit der Shader reicht. Ja. Ne, soweit wie gerendert wird, ne? Der Shader reicht ja genauso weit wie gerendert wird. Also es ist gehüpft wie gesprungen, wie ich das ausdrücke. Bis dahinten hin, bis zum Weltenrand. Obwohl da nicht der Weltenrand ist. Ich find's schick. Ich klicke die ganze Zeit auf den Bildschirm, um zu gucken, wie lange die Folge noch geht. Bis ich merke, dass es ein Stream ist. Ja. Oh, Shirom. Guten Morgen. So. Auf jeden Fall haben wir da unseren Turm. Der absolut nicht so aussieht, wie ich es mal vor hatte. Aber hey, es ist, äh, es ist ein Turm. Ein Turmförmiger. Turm. Ich bin ganz zufrieden damit. So. Wie wir den innen ausbauen und was sich noch alles ändern wird, das sehen wir dann. Ich überleg die ganze Zeit mal. Na. Ich überleg die ganze Zeit, ob wir, wir können ja auch verschiedene Steinsorten nutzen. Hm. Hm. Hm, da hätten wir grad ne Sternschnuppe. Aber wir gehen mal wieder in unsere Zwergenstadt runter. So. Erster Stock sind wir hier immer noch. Müssen wir uns überlegen, wie wir das genau bauen jetzt. Ich glaube, das geht dann noch eins runter. Sieht aus wie so ein Turm aus Japan. Oh, wir müssen, ich glaube wir müssen noch tiefer. Bis nach unten, da wo unser Niveau ist. Zack, 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 zack. Wenn wir jetzt hier reinbauen, kommt man da raus. Okay, das passt gerade mal so, das ist okay. Ist auch strange, wie da das Licht durch scheint, ne. Ah, das sieht man später nicht mehr. Kann bitte Musik spielen. Ich fühl mich so einsam. Und da fuck Zwerge, die Japanisch bauen. Ich find's eher lustig, dass du das ausschließt. Ich mein, Zwerge gab's nicht. Zwerge sind ja Fantasy. Jetzt mal abgesehen, außer von den kleinwüchsigen Menschen, die es natürlich gibt. Aber sonst Zwerge, das gab's ja nicht. Deswegen finde ich sehr interessant, dass du es komplett ausschließt, dass die irgendwie japanischen Stil bauen. Finde ich interessant. Zack, zack, zack. Mal gucken, wie wir das hier dann weiterbauen. Ich wollte gerade so einen rassistischen Witz sagen. Guck mal, da können wir sogar das untere weghauen. Puh, Leute. Ich kann bereits jetzt nur noch ans Essen denken. Das ist so. Man sollte nie mit leerem Magen anfangen aufzunehmen. Wie mach ich ein Let's Play? Was? Die gibt's nicht. Nicht mehr, okay. Es gibt nicht mehr Zwerge. Natürlich gab's die früher. So. Dekoration. Wo sind denn hier die Penöpsen? Da die Mauern. Da. Ist ja cool, wenn's hier irgendwie... Warte mal, die gibt's ja auch noch. Ach, stimmt. Das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, die gibt's halt auch in Steinziegel. Das hat mich ja immer geärgert. Das ist die nicht als Steinziegel... Dings... Bums... Und so weiter. Ist gar nicht schlecht. Das kann man so lassen. Alles schön eng und äh... Unübersichtlich. Chaotisch. Das gefällt mir. Ich mag das, wenn das... Alles total chaotisch aussieht. So. Hier kommt ne Fackel ran. Hier kommt ne Fackel ran von Fackelmann. Yeah. Ich bin so gespannt auf die YouTube-Kommentare, Leute. Ich sitz hier die ganze Zeit und grinse und schüttel mit dem Kopf. Ich freu mich so drauf. Das wird so lustig. Ich mein, guckt euch mal die Kommentare an, die bis jetzt unter den Minecraft-Folgen stehen. Das ist ja nur Gemecker und... Äh... Das ist scheiße. Dies ist kacke. Und bei dir ist alles scheiße geworden. Weißt du? Und... Dann haben wir jetzt quasi den Overkill gemacht. Wir haben... Äh... Aufgehört im Survival zu spielen. Ich bin so gespannt. Das... Das wird... Das wird unglaublich lustig werden. So. So müsste das sein, ne? Wenn es Zwerge gab, dann gab es auch Drachen. Wie sind wir jetzt auf Drachen gekommen? Oh Gott. Jetzt habe ich irgendwie, äh... Was verpasst. Drachen. Ich kenne auch ein paar, die sagen, äh... Die sind fest davon überzeugt, dass es mal Drachen gab. Und wenn man sagt, ja... Deswegen hat man auch, äh... So viele Drachenknochen und so schon gefunden. Ja, nein, nein, nein. Das ist, weil die ihre Artgenossen gefressen haben. Achso, achso, achso. Ja. Also jeder Drache, der gestorben ist, der... Wurde quasi von einem Artgenossen gefressen. Ja. Jeder einzelne Drache. Der irgendwann einmal gestorben ist. Wenn es die gab... Die gab's, die gab's, die gab's. Achso, ja. Ja. Der wurde von einem Artgenossen gefressen. Ja. Mhm. Gut. Wen hat denn dann der letzte Drache gefressen? Ja, äh... Der letzte Drache, der... Wurde von dem, der ihn getötet hat, gefressen. Achso, natürlich. Klar, klar, klar. Das ist... Das ist... Das ist natürlich logisch. Das habe ich nicht bedacht. No, das ist... Klar. Fehler von mir. Ja, ja, ja. Wenn du drüber nachdenkst, wird dir das klar. Naja, natürlich. Klar, klar, klar. Wir gehen mal davon aus, dass Drachen, wenn es die gab... Die gab's, die gab's. Ja, ja, klar. Ein Bestand von... Wie viel hat... Mehrere... Zehntausend. Achso. Und jeder einzelne Drache, der gestorben ist, wurde von einem Artgenossen gefressen. Ja. Gut, gut, gut. Nö, jetzt, äh... Also... Jetzt... Jetzt leuchtet's mir ein. Äh... Ja. Ne, wisst ihr Bescheid? So, guck mal. Ich mag das so. So ein bisschen verwinkelt alles. Kommst du hier runter und dann kannst du hier quasi... Geht es noch weiter runter. Wir werden dann die Treppen... Äh... Hier so lang bauen. Also quasi am Rand. Jede einzelne Drache. Ja, 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 ja. Simi, glaubst du mir das nicht? Boah... Natürlich. Es klingt plausibel. Absolut. Ich will lieber gar nicht in Chat gucken. Alter Schwäche. Was? Aua... Aua... Au... Ich hab mir weggetan. Ja. Gut, dass jetzt Ende ist. Leute, es ist Ende. Wenn ihr noch Grüße loswerden wollt, wenn ihr noch Papa, Mama, Oma oder die Schwester oder den Bruder grüßen wollt und schreiben wollt, ne 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 ne, ich war ja am Livestream. Dann mach das jetzt. Denn ich beende die sonntägliche, oder eigentlich müsste ich ja sagen, die seltsamerweise auf dem Sonntag standfindende Aufnahme von Sonntags. Denn für viele scheint das ja völlig überraschend gekommen zu sein. Äh... Von Minecraft. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht es hier weiter in der Welt von... Hier gibt es ja gar keine Zombies mehr. Äh, ist alles voll öde, voll LW geworden, wenn du jetzt Kreativmodus spielst. Bis zum nächsten Mal. Warte, das baue ich noch zu Ende. Äh... Ich brauche Zauern. Gib mir Zauern. Ich nehm erstmal Eiche. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, tschüss. Und so. Drachen? Jeder einzelne Drachen? Ja, ja. Natürlich. 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 Das ist logisch. Also das ist ne Logik, die man nicht von der Hand weisen kann. Hm. Sag mir einen einzigen Fakt, warum es Drachen gibt. Hab ich, hab ich. Kann ich dir sagen. Du hast einen Fakt, der beweist, dass es Drachen gibt? Ja, ja. Dann nenn mir doch den Fakt. Also das ist so. Da...